namaskar herzlich willkommen zu unserem kleinen workshop ayurvedische gesundheitsküche wir freuen uns dass christian heute übersetzen wird schön dass du dabei bist dr de vendra das kennt er ja auch schon und mein name ist julia dank dr de vendra wird für uns heute ein wunderbares zusammen zu zaubern schön dass ihr dabei seid dann übergebe ich mal das wort so today we are making sesame seed laddoux and these are seasonal recipes also wir machen heute ein sesam wir machen sesam laddoux und sie sind ein gericht abhängig von der jahreszeit ja so do you know julia that we use this is similar to for many things in india and especially on some special festivals in india well also we use this is amazing so weißt du hier dass wir diese laddoux auch zu ganz bestimmten anlässen in indien machen insbesondere auch bei gewissen festivals in indien ja ja das habe ich schon öfter festgestellt und auch dass es eben auch als prassad zum beispiel benutzt werden kann ja es ist also als prassad and especially during the makarsakranti you know it's a festival which generally happens during the month of april so during that time we use this special recipe genau es kann auch als prassad benutzt werden besonders beim festival die makarsanti im monat april und dann benutzen wir genau dieses rezept hier und actually these sesame seeds they are very good especially during the winter time winter season und diese sesam sauen sind insbesondere gut während der in der winterzeit ja weil sie ja auch wärmende qualität haben ja they are warm in quality and the wintertime body is is cold but same time the agni is high you know inside the agni so it cannot go outside because of the cold nature of outside in the environment so the agni is very high so to if we don't eat anything which is a little bit more you can say a little bit heavy in nature then this agni can make us more loose weight that's why people have the craving for eating something oily you know during the winter time okay genau also die in der winterzeit ist es kalt draußen aber gleichzeitig ist akni sehr hoch wenn das dann sehr hoch ist und dann draußen ist kalt ist dann kann dieses akni nicht nach draußen gelangen und deshalb müssen wir auch etwas essen was ein bisschen schwerer ist was denn dieses akni ein bisschen ja runter bringen kann ja it's a little bit high you know it means more higher because of the temperature of the outside the body heat cannot go and then so einmal was es füttern kann genau was es füttern kann und ansonsten könnte es sein dass man eben gewicht verliert ja so so today's for making our lettuce we are using sesame seed here we can see the sesame seed and then this is a special kind of jaggery you can ask me question about it yeah i can ask you a question about it yeah and this is cardamom pulper and why don't we take the seeds why do you take powder we can use also with the power because for the good consistency okay also das erste das sind hier sesam sahen und das zweite dann das ist jaggery das ist zucker aus zuckerrohrsaft und dann haben wir cardamom pulver die frage war dann warum benutzen nicht kapseln der grund ist für die konsistenz und also like when you make the powder out of it then the fragrance comes better in den landes außerdem auch wenn wir das pulver benutzen dann kommt ja dieses aroma besser in diesen ladus und dann ist es wahrscheinlich das beste das pulver frisch zu machen ja fresh pulver is always best and here's a coconut oil actually so it is like completely a vegan vegan that which we are making yeah yeah also genau das ist kokosnussöl und wir machen jetzt gerade vegane ladus so most important is for cooking time for this doesn't take more than 15 to 20 minutes altogether this is a cooking time also die einfache kochzeit hiervon beträgt nicht mehr als 15 oder 20 minuten yeah and this jaggery gives it very good consistency the ladus can be very like a little bit crunchy is crunchy in nature it gives very crunchiness and also because it's a very it has many nutrients inside you know also ladus die bekommen da eine sehr schöne konsistenz die ist dann so ein bisschen crunchy so ein bisschen körnig vielleicht und was hast du gesagt und was unterscheidet jetzt den jaggery jetzt von seinen nährstoffen her zu normalem zucker yeah the difference what is the difference yeah the main difference between the normal sugar you say that is normal sugar is like it's a white sugar you know so when our body takes it quickly it gives a spike of the sugar very quickly so it is not good for our body cells when this spike with the sugar so fast so you mean the insulin is rising high blood sugar levels and the insulin yeah so it gives the spike very quickly genau also wenn wir normalen zucker benutzen dann kommt dieser zuckerspiegel bekommt dann eine sehr hohe spitze ja und das ist ja nicht sehr gesund yeah and in compared to this actually this is like when we use this jaggery for for our cooking i generally use this jaggery for everything in my house we don't use white sugar and the reason is it it is like a plateau you know it gives slowly release so once you eat this it is not like suddenly your blood sugar level is going to high but it will be slowly slowly so it's like a plateau it keeps a plateau in our blood in our body you know that's why it's healthy okay also bei mir im haus zum beispiel nutzen wir gar keinen weißen zucker wir benutzen immer jaggery und der grund ist weil das den zuckerspiegel eben auch wie eine art plateau erhöht also es gibt keinen großen keine große zuckerspitze was dann eben bedeutet dass der insulinspiegel nicht hochgetrieben wird und nicht der blutzucker wieder in den keller geht so dass man auch wieder bedürfnis nach süßen hat dass der blutzuckerspiegel dann wieder hoch geht ja das passiert dann nicht yeah that is because there is the white sugar when we take this any form of white sugar it actually it also have adverse effect on the insulin secretion from the pancreas you know so it can maybe suddenly the insulin level so up or down both the label it can hamper because when the insulin sugar is low then our blood sugar high you know so what can happen like when somebody taking white sugar a lot suddenly same time so what will happen then suddenly the insulin label will first it will go down and then after some time the show that the when the sugar label is down the insulin label up so it's like up and down gone this is happening suddenly because of the bombardment of this white sugar okay also wenn man ganz viel weißen zucker ist dann erhöht das die insulinausschuss von der schilddrüse ganz stark pancreas bauchspeicheldrüse bauchspeicheldrüse und das hat dann so einen jeweils immer gegenteiligen effekt ja es gibt so spitzen und tiefen genau und um das so gleichförmig zu halten ist jaggery besser yes okay so let's start and meantime you can ask me questions regarding this this process so first you can see already our things ingredients for today's cooking so this is like sesame seed and the sesame seed actually are also three qualities three types of sesame seeds we are using white sesame seeds here also here are our ingredients here and we have here sesam sesam und kokosnussöl und wir benutzen drei arten von sesam samen ja also oder es gibt drei es gibt drei es gibt drei es gibt drei arten und wir benutzen hier den weißen okay also wir benutzen den vollkorn den hellen aber es gibt ja auch den ganz weißen der ist dann geschält und es gibt schwarzen den roten gibt es auch noch und der beste ist tatsächlich der schwarzen ja da gibt es auch etwas zum sesam noch etwas sesam ist ja unglaublich wertvoll hat auch ganz viel lecithin und man kennt ja dieses märchen sesam öffne dich weil es halt auch so toll aufs gehirn wirkt also sesam ist ein ganz ganz großer schatz yes yes yeah yeah and now actually i'm chopping this this jaggery for our laddus because we need in this form to make a syrup you know so in the syrup we will when we roast this one then we mix it together so we can make easy our laddus so this is our preparation also jetzt schneide ich gerade hier diesen jaggery wenn wir wollen daraus ein sirup machen okay so the amount of this sesame seed which we use is 100 gram of this one and same amount if you want a good consistency with like the taste you need good sweet so i'm using appropriate like 100 gram of this one and 100 gram of this but you can also make like this 100 gram this can go 75 gram also für eine gute konsistenz wollen wir es ungefähr ausgleichen den anteil von sesamsamen wir benutzen etwa 100 gram und den anteil von jaggery wir benutzen ja auch etwa 100 aber man kann es auch anpassen zum beispiel 75 gram jaggery benutzen das bedeutet dass man jetzt zum beispiel für menschen mit einem hohen kaffee anteil eher weniger jaggery und auch weniger kokosnuss natürlich für pita person we can use a little bit more coconut oil yes and pita person they like sweet so for them to put a little bit more extra here yeah because it's harmonizing pita yes yes like like water for water person actually this the sesame seed you know they are actually also very good for the water person sesame seed let do water person good very good they can eat a lot of sesame let do okay also für die pita person ist natürlich das kokosöl auch sehr gut und da kann die können natürlich auch ein bisschen mehr benutzen und genauso auch der jaggery das weil das süße da weil das eben das harmonisiert und für water auch ganz besonders ist nochmal das sesam auch sehr gut okay so i'm making it more finer jetzt mache ich noch ein bisschen feiner so you can see the consistency now und mal abgesehen davon dass er gesünder ist ist er auch super lecker ja und and another thing is like this one this also goes this this sugar this zagri which is which color is like light brown and yellow and if when best quality is like it is a little bit more brownish in color you like which is more brown that is the most natural color also dieser zucker dieser jaggery der ist jetzt so ein bisschen hellbraun vielleicht gelblich und noch besser ist es wenn der sogar noch ein bisschen tiefer bräunlich ist dann ist es die beste qualität ja und das habe ich auch festgestellt also wir haben jetzt kein bio jaggery bekommen empfehlen aber natürlich alles aus biologischem anbau zu nehmen und den jaggery den ich aus die organic jaggery i had was darker ja der ist dunkler genau okay so now our things are here ready so now we are starting cooking we are starting making our laddos also alles die vorbereitung hier sind fertig das heißt wir fangen jetzt mit dem kochen an wir bereiten unsere laddos zu so we make the overheating in the in the middle not to because if the heat is too much then it can it can it can actually burn you know so we need to roast this this sesame seed in the middle heat middle temperature das heißt wir benutzen jetzt die mittlere hitze das heißt wir rösten jetzt unsere sesamsamen auf mittlerer hitze anders könnten die so ja so in starting i'm making heat a little bit more so it this pen can get a little bit hot quickly and then i will put it in the middle heat und dann reduziert wieder auf die mittlere hitze also dieses anrösten ja macht auch nährstoffe verfügbarer das ist so eine ayurvedische variante davon yes you can the the ingredients are better you can better metabolize them yeah when you do a little bit when you roast a little bit ja eine andere möglichkeit ist eben einweichen was ich gerne empfehle oder auch an keimen man könnte auch wenn man jetzt sesam zum beispiel gut bio verfügbar machen möchte kann man einweichen und dann auch wieder trocknen ja dann hat man das auch aber die ayurvedische variante ist gerne das anrösten was auch so einen ähnlichen effekt hat ne dass es besser bio verfügbar wird yes actually most of things if you see apart from some things in ayurveda many things is mentioned like just water you know like when you cook it then we say it's lighter for our digestive system so many things in ayurveda actually they are mentioned that we should make it cooking or you know like just a water similarly roasting so is we say then it's a lagu lagu means then it is light for our digestive system for our agni you know in ayurveda sagen wir manchmal dass wenn wir dinge rösten wir die dinge leichter werden ja genau und das ist natürlich dann gut für leichter zu verdauen was wiederum gut für water ist okay so and we have to feel it when it is like when you started getting the roasting so we can feel it the fragrance you know when it's it should be light brown the color of it should be changed like at the moment you can see the white color and some of them they are a little bit brownish but it is natural color so when it will be done you will feel the fragrance the aroma will come with them and the color will change to light brown okay wir müssen wir müssen das so fühlen dieses aroma wenn das so kommt und wenn das sich die farbe verändert von diesem jetzt ist noch so hell braun und wenn das dann ein bisschen dunkler geworden ist ja und man riecht den duft und man riecht diesen und wir benutzen holz wie nennt man das kein löffel aber holz scharper oder sowas kein plastik bitte benutzen ja und auch keine teflonpfannen oder sowas ne das hier ist jetzt eine keramikpfanne würde ich sagen oder auch edelstahl gerne benutzen ja und dann wird es auch immer noch schön zerkratzt und dann wird es auch immer noch schön zerkratzt ja die beschichtung sind noch nicht gut weil die krebs erregen sind und hier you know like today we are using the cardamom pulver but instead of cardamom powder we can also use cinnamon you know so if you are making especially a person who is like more kapha you can say okay person with kapha type of somebody has kapha problem but still wants to eat then we can use instead of cardamom we can use this simt over there you know also wir benutzen heute diesen cardamom aber wir können auch zimt benutzen denn besonders wenn jemand mehr kapha hat und dann nicht so viel süßes eigentlich essen kann sollte dann können wir auch mehr von diesem zimt benutzen yeah and the simt also give it good essence good aroma and when you can say okay when it's more cold like the here in deutschland when the during the month of december or in january you know like when it's more cold so during that time instead of using cardamom please use the cinnamon and can't we use both both then the taste will be you can use but the thing is the taste a little bit mixture you know so if you use one by one separately then the taste is better you know and then gerade auch in den kalten monaten dann nutzt bitte er den simt und die frage können wir nicht auch beides benutzen ja beides geht auch aber natürlich der geschmack der ist dann so eine mixtur ja vielleicht doch schöner das separat zu benutzen ja the reason is because we have to also see that the video the active principle of this is cold in nature okay and the active video of that of this one active principle of the cinnamon it is warm in nature so in some ayurvedic kreuter mixture we use them together but in general because we are using special this laddu based on the different people it's better to use them separately if it is not for the body this body before making any kreuter many we are not making any ayurvedic kreuter then we can use separately here for cooking yeah and the reason is because the active principle of the cardamom is cold and the from the simt is warm that is that they have a different effect that is why we use it also different from each other so I'm just roasting it in slow heat in the medium heat so it doesn't get burned here slowly you start to smell yeah it's starting getting the aroma it's coming slowly it comes from the aroma the smell actually it is it has many you know sesame seeds they have also many antioxidant property it has many mineral inside a lot of fibers inside many healthy things inside you know very very good for the for the body you know in every aspect and these are some really viele viele gute dinge viele antioxidantien viele ballaststoffe yeah minerals and fibers and mineralien genau genau also zum beispiel eisen also sesam is auch eine sehr sehr gute eisenquelle and here this is very good source of iron and selenium yeah and magnesium and this is very good source of iron actually yes you know so if a person especially the woman who are suffering from anemia you know like who has low iron especially the brown varieties brown varieties that is the best quality but jaggery is very good for them you know in jaggery is also noch sehr viel eisenbrille besonders wenn jemand eisenmangel hat ist das sehr gut so in medium heat if you are roasting and up to 100 gram it is taking almost 10 it may take 10 15 minutes to roast it you know so this is the main part here because it will take time and after that everything happens quite faster quickly this is the main part here because it will take time and after that cooling yeah and this is coconut oil and the cardamom yes and two bestandteile mit wärmenden eigenschaften das ist das sesam die sesam saat und the jaggery yes they are warmer in nature and so in the mixture everything was it's harmonized yes yes and in der verbindung von beiden is harmonisiert harmonisiert is it's very harmonized actually when it will really you taste it you will feel the effect on your body when you start eating it you know so you feel that it's really very very sehr lecker sehr lecker sehr lecker jetzt sehr lecker sehr lecker jetzt sehr lecker sehr schön now i can feel that it is getting more crunchy you know the seeds are more crunchy now glade schwendet流 merkt ihr dass es ein bisschen körniger hier wird also ihr seht auch dass man ein wenig geduld haben darf kann man hier auch ein bisschen üben und ich sehe auch die achtsamkeit mit der hier gerührt wird also dass man wirklich auch gute energie da reingibt man kann zum beispiel Ich will auch innerlich, wenn man jetzt nicht gerade einen Workshop gibt, ein Mantra wiederholen, das ist auch eine schöne Sache. Did you understand? A little bit. Nicht 100%. Also, it is good to repeat a mantra inside, when you do cooking. Not when you give a workshop, but... Yeah, yeah, actually, cooking yourself, you know, like when you are cooking. For a workshop is one thing, but the thing is like, whenever you cook for anyone, if you are cooking in a workshop, you are cooking in a family, whoever, the person who is cooking, his energy always goes in the food. So if you are in your mind, your mind is calm, quiet, and you are thinking good, all the good energy goes in your food, and the food is going to be very super, sehr lecker. Also, kochen generell, egal wann du kochst und für wen du kochst, jetzt bei einem Workshop oder für andere, die Energie, mit der du kochst, die geht auch in das Essen mit hinein. Und das wird man merken, das bist dann sehr lecker. You know, so I have one suggestion for you, like if any of our viewers who are looking it, watching it, so if any time in your house, if you feel, okay, today my energy is not good, or I have anger, angst, would. You know, so in that condition you should never cook, because your anger is going to go in the food at that time. Okay, und für euch zu Hause, euch Zuschauer, habe ich einen Fasschlag, wenn immer ihr kochen wollt und ihr seid zu Hause und ihr habt irgendeine Wut oder Angst oder so, dann kocht lieber nicht, denn diese Energie geht mit in das Essen mit hinein. Ja, und in dieser Verfassung solltet ihr auch nicht essen. Also wenn wir in einer solchen Verfassung essen, können wir die Nahrung auch nicht verdauen. Also dann lieber nicht essen und dann erst wieder, wenn keine gute Stimmung da ist. Okay, so these are the roasted our seeds. You can see the color difference now. It's light brown. It's a good, very good consistency now. And now we are going to use here with this spoon. You can see how much I'm using here. Also ihr könnt jetzt diese Sesamsäune sehen. Die sind jetzt so schön bräunlich. Die haben eine gute Konsistenz. Und jetzt benutze ich dieses Kokosöl und ihr könnt sehen, wie viel davon ich benutze. Ja, so zwei gut gehäufte Tealöffeln machen wir jetzt. Das Rezept werden wir noch unten in der Infobox dann verlinken oder da. Ja, und jetzt benutzen wir es hier. Und, äh, können wir hier noch einen Löffel haben, denn es wird ein bisschen heißen. Let's check. So, jetzt kannst du sehen, wie es anfängt zu schmelzen. Jetzt kannst du sehen, wie es anfängt zu schmelzen. Ja. If the heat is too much, then it can burn, so you should always, like, whenever you are cooking something, you know, the heat should be always medium or low. Generally, I like to cook in a medium heat, you know? Also, wenn immer ihr etwas kocht, dann sollte es besser, dass, ähm, die Hitze auf mittlerer Stufe sein oder niedrig, ansonsten kann es nämlich immer verbrennen. Ja. In the meantime, just keep mixing it properly. As you can see, now it is changing its color, it's getting melting, so we are making the syrup out of the jaggery. Es verändert auch seine Farbe und so bekommen wir jetzt einen schönen Sirup aus dem jaggery. Und langsam bemerkt man der Geruch und das Aroma kommt. Ja, so, now actually I am missing this sugarcane juice I used to drink in India a lot. During the seasons, actually, in India, you can easily get the sugarcane juice. But, like, if you drink the juice itself, it is very good for the kidney, for the cleaning of the bladder, you know? And some properties of them are also in this jaggery. Ähm, das reinigt die Nieren und die Blase. Also, der Saft vor allen Dingen, und ein bisschen was macht auch der jaggery. Aber vor allen Dingen dieser Saft. Ja, already is good consistency, and then I will put here almost half teaspoon. This much, you can see, this is a half teaspoon, pull it off. And a half teaspoon, pull it off. And now I am mixing. How good feel, otherwise it is coming, yeah? Are you hungry? Haha, I guess. Bist du hungrig, ja? And I have to see the consistency of this one. Okay, can you just stir it a bit? I will get my shish. And now, meantime, I am preparing the place, where I am going to... In the Zwischenzeit, bereite ich die Teller. Yeah, I am making a place, so like where I can use this one. Okay, so I make space here. Okay, and now, yeah, thank you. I am mixing it. The temperature now I am making, switching to number one. Okay, very less temperature. Und jetzt verringere ich die Temperatur, wenn ich das mische. Also, sehr deutlich verringerte Temperatur. Und, uh, most of the time, I try to mix it, or my leader in the clockwise direction. This is my, like, you can say, my belief, actually. And, uh, I also believe that when you put your, this leader in the clockwise, it gives good energy, positive energy of yours. ...is in der Uhrzeigersinn. ...und zu fühlen. Das ist ein Glaube von mir. Ich finde man immer, wenn man zum Uhrzeigersinn dreht, dass es auch gute Energie gibt. So you can see now it's... ...so... ...with dem Uhrzeigersinn, wenn wir, wenn wir rechts rumdrehen, also im Uhrzeigersinn, dann sagt man, man verbindet. Ja. Coagulation. Ja. And the other way round, also nach links ist auflösend, rechts verbinden, links. Also wenn man was auflösen will, dann macht man links rum. Und jetzt seht ihr die Konsistenz und dann ist es auch wirklich schon gut und wir sollten es auch nicht überkochen oder verbrennen. Okay, and just waiting a little bit. So, we'll get a little bit cool now. So, it is here. Okay, so now we're... Okay, so now what I'm doing is actually a little bit of oil here, so nothing will... Do a little bit of oil here. Yeah, a little bit. And you can also use some kind of brush to put some oil there. You can also put some oil on my hands. Yeah, otherwise it can spill on my hands, it can. And I will do this consistency. Would you like to try, Julia? Yes. Yes. But you need to wash... I washed my hands already. Yes. So, apply it a little bit. And like this one. And it's starting a little bit and just wait a little. Like this. Okay? Mm-hmm. But you should come quickly a little bit, otherwise it can't add up. I put it small. Yeah, that's what I do. It's like this. So, I'm just keeping and it takes a little bit quickly, otherwise everything will be... Yes. Yes. So... Yes. That's good. So, you must feel it already. Mm-hmm. You smell it? Mm-hmm. Very nice. Yes. It's a good consistency. It's getting hard. Yeah, yeah, yeah. Be careful. Yes. 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 Because when it gets colder, then it's difficult. When it's colder, then it's difficult. You know, because it has a jaggery, it is going to be quickly, it is going to be hard. And it's Mama Point Therapy. With heat. Mama Point Therapy with heat. You can use a spoon also. Yes. Please use this one. Thank you. Yes. Yes. It's already, I can see, it's getting very harder. So, we should use it as soon as possible. So, that's why I say, in starting, it takes time. But once it is ready, then it doesn't take more time. That's why I've also said, at the beginning, it's longer, but then it's always very fast. Oh, yeah. Yes. So, first you will give the shape and then for final shaving, finally giving the round shape final, I can use, at last I can use more to give it a more round shape. Yeah, but it's getting harder. Yeah, but it's getting harder. Yeah, it's getting harder. Yeah, it's getting harder. It's a jaggery, you know, because here the temperature is less. So, if we make this ladou in India, you can use up to 15 minutes to 20 minutes. But here you have to do everything very fast. Mm-hmm. If we make this in here, then we need 15-20 minutes. But here we have to do everything very fast. Mm-hmm. Because the temperature here is very cold, you know, it's not so... Mm-hmm. The temperature is quite cold. Yeah. Okay, so maybe this one last, and meantime I will give you a final shape here. It's hard now. I can see. The last one, and I'll give you a final shape. Yeah. The reason is why I'm making this way, it will be crunchy and a little bit hard. So you need to have a little bit strong teeth, okay? It will be crunchy, kernig and a little bit hard. So you need to have strong teeth. Yeah. And you can keep this ladou for a long time. This ladou for a long time you can keep, you know? And you can keep this ladou for a long time, you know? And you can keep this ladou for a long time. Mm-hmm. Mm-hmm. A little bit harder? Mm-hmm. Yes, the rest. Okay. It's too sticky. Mm-hmm. So with this one, it's okay. Yeah, also da braucht man wirklich gutes Emokern. Yes. Yes. It's not one yet should. Okay. Yeah. So this is okay. This we do not need to be used. So now we are ready. Our crunchy ladous are ready for eating now. So, yeah. So would you like to try to taste it? Julia? Yes, yes, please. So the crunchy ladous are now ready to try. Yeah. Yeah. Yes, please. Thank you. Yes. So, also da hat Dr. Devendra jetzt eine leckere, gesunde, kleine Köstlichkeit gezaubert für Ich werde mir hier so ein kleines nehmen. Yes. And you can feel, it will give you the crunchy. It's riecht sehr lecker. Yeah, it will be, it will be lecker, sehr lecker. Aha. Und du auch, Christian? Yeah. Yes. And one for you. And for unseren lieben Kameramann. Yes. It's really good. And I like the consistency. It's a good consistency. Lecker. And you can keep it at least from one month to two months you can eat actually. And very healthy at the same time. And you feel good energy. Remain in your body for a long time. Yeah. Wunderbar. Schmeckt sehr köstlich. Yes. Ich glaube, das versteht man. Yeah. So, it is like just our today's workshop regarding how to make the ladou with the sesame seed. And we are together, we are also doing the seminar on the 8th, 9th and 10th of May. Mhm. Also vom 8th bis 10th Mai machen wir zusammen ein Seminar. Mhm. Genau. And you can find our website with the Yoga Vidya live. And there in the link you can find more information regarding that. Yeah. Yeah. Und auf unserer Website könnt ihr mehr Informationen darüber erfahren unter dem Link unten in der Videobeschreibung. Okay. So, namaste. 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 Google crap. Okay. $25来voll. $15,000 сюда. $25,000. Thank you very much. So close your jaw Hot of Doom cake.